Sie saßen zwei Stunden da und warteten. Drei Männer in einem alten weißen Toyota blickten auf die regennasse Straße hinaus. Keiner, der sie bemerkte. Keiner, der sich draußen in diesem dunklen Vorort über der Stadt herumtrieb. In einigen der Häuser brannte in den oberen Stockwerken Licht. Die Häuser hinter Mauern. Unten konnte man die hohen Gebäude der Stadt zwischen den Bäumen erkennen. Das ist sowas von scheiße, sagte der Mann auf der Rückbank. Mikey. Er hatte einen neun Millimeter in der Hand, spannte den Schlitten an, ließ ihn wieder los, spannte ihn wieder an. Ist völlig egal, was du denkst. Abdul Abdul drehte sich grinsend zu ihm um. Du hast keine Ausdauer, Bra. Er trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad. Geduld, Mann. Mikey gab einen Grunzen von sich. Er blickte zu dem Berg hinauf, der sich düster über ihn erhob, bedrohlich wie der Himmel. Trotz der Regenböen hatte er sein Fenster geöffnet. Die Kälte, die seine Füße taub werden ließ, drang bis in seinen Knochenmark vor. Er hatte das Fenster auf, weil Abdul und Val eine Zigarette nach der anderen paften. Es ist scheißkalt, sagte er und legte die Pistole beiseite, um sich in die Hände zu blasen. Dann mach das Fenster zu. Dann hört mit dem Rauchen auf. Kannst du vergessen, sagte Abdul. Zwischen den Zigaretten holte er einen Joint heraus. Mikey zog daran. Einen Spliff raucht er, aber keine Zigaretten, meinte Abdul zu Val. So ein Idiot, Mikey Morgo. Mikey hörte als erster, wie sich ein Wagen näherte, sagte, Scheiße, Mann, pass auf, er sieht sonst die Glimmstängel. Der Wagen, ein Alpha-Spider, fuhr an ihnen vorbei und bog 30 Meter weiter in eine Einfahrt mit einem offen stehenden Tor ein. Das ist er, meinte Mikey. Mace Bishop. Abdul drehte Abdullah Ibrahims Mannenberg leiser, das als Endlosschleife lief. Und jetzt? fragte Mikey. Warten wir, meinte Abdul. Nur warten? Nur warten. Vielleicht kommt er nicht mehr raus. Der kommt. Und Mikey lehnte sich zurück, seufzte. Wie lange, Mann, wie lange müssen wir warten? Solange es dauert. Abdul stellte den Song wieder lauter. Es reicht, sagte Mikey. Wir hören uns das jetzt seit zwei Stunden an. Drei, seit wir los sind, wenn man es genau nimmt. Na und? erwiderte Abdul. Ist ein guter Song. Kapstadts Erkennungsmelodie. Sie lauschten Mannenberg eine weitere Dreiviertelstunde, ehe Mace Bishop mit seinem Alpha wieder aus der Einfahrt herausgeschossen kam. Los geht's, sagte Mikey und lehnte sich vor. Noch nicht, meinte Abdul. Sie warteten weitere fünf Minuten. Alles ruhig. Mikey blieb die ganze Zeit über nach vorn gebeugt sitzen. Abdul ließ den Motor an. Du stoppst der Frau die Pille in den Mund, Mikey. Das ist deine Aufgabe. Danach kann ich sie dann poppen. Dachte, du stehst mehr auf Kids, sagte Well. Kids, Erwachsene. Jedenfalls kriegt ihr heute noch einen mit der Rute verpasst. Ach siehs, Mann. Well öffnete die Wagentür, spuckte auf den Kiesboden. Vergiss nicht, meinte Abdul. Wir sind wegen des kleinen Mädchens hier. Er drehte sich zu Mikey um und gab ihm einen Klaps auf die Wange. Keinen Scheiß verstanden? Keine Rute. Was wir wollen, ist das Mädchen. Er fuhr die Einfahrt rückwärts hoch. Die Männer zogen ihre Sturmhauben über. Mikey hatte seine Pistole in der Hand. Well und Abdul schoben sich ihre Waffen in den Gürtel. Abdul machte einen auf amerikanisch, indem er den Lauf zwischen seine Hinterbacken schob. Sie betrachteten das viktorianische Haus. Keine Gitter vor den Fenstern. Hätte man genauso gut gleich die Tür offen stehen lassen können. Die Fenster, sagte Abdul. Mikey schlug eine Scheibe kaputt und sie stiegen ein. Drinnen stank es nach feuchtem Ton und Terpentin. Ehe Mikey den Mund aufmachen konnte, legte Abdul eine Hand darüber. Sie lauschten. Irgendwo lief ein Fernseher. Well zeigte nach oben. Abdul nickte. Sie traten auf einen Gang hinaus. Gegenüber lag eine Treppe. Wieder zeigte Well nach oben. Abdul zückte seine Pistole. Er ging als erster die Treppe hinauf, hielt sich nahe am Geländer. Zwischendurch knarzten einige der Stufen. Jedes Mal blieb er abrupt stehen. Lauschte. Nichts. Nur der Fernseher. Schießereien und Sirenengeheul von einer Polizeiserie. Er wartete oben auf Mikey und Well. Sie kamen getrennt. Mikey, der Einzige, der so leise wie eine Katze war. Er grinste Abdul und Well an. Formte unhörbar die Worte, gut was, mit den Lippen. Abdul schnitt eine Grimasse und wies mit der Waffe auf die dritte Tür des Flurs. Sie war angelehnt. Er gab ihm ein Zeichen. Die Frau, flüsterte er. Stopf jetzt einfach die Pille rein. Relax, Mann, sagte Mikey. Bleib cool. Er stieg die Tür auf und trat ins Zimmer. Hallo, meine Süßen. Mutter und Tochter lagen auf dem Bett. Die Frau mit geschlossenen Augen. Das Mädchen unter der Decke sah fern. Die Frau machte die Augen auf und sprang im gleichen Moment auch schon vom Bett. Mikey musste ihr einen Schlag mit dem Pistolenknauf verpassen. Sie sagte in sich zusammen und er stürzte sich auf sie. Konnte dabei ein wenig ihre Brüste begrapschen. Das Mädchen schrie. Abdul packte die Kleine und zog sie unter der Bettdecke hervor. Ihr Pyjama-Oberteil wurde dabei nach oben geschoben. Still, Krista, sagte Abdul und hielt sie so fest, dass ihr einen Moment lang die Luft wegblieb. Bra, wandte er sich an Val. Zünd mir deine Zigarette an. Val tat es. Mikey hob die Frau hoch, die Pistole an ihren Nacken gepresst. Blut tropfte aus der Wunde auf ihrer Stirn, wo er sie mit dem Knauf getroffen hatte. Oh, Mo, sagte Abdul. Mein Freund hier hat eine Pille, die du jetzt brav nimmst. Er steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und sog daran. Blies den Rauch seitlich aus dem Mund. Wenn du dich weigerst. Er schob den Pyjama-Ärmel des Mädchens hoch, sodass die weiche Haut darunter entblößt wurde. Dann drücke ich die hier raus. Strich mit der heißen Asche über Kristas Arm.